Dieser Titel ist einfach zum Kopfschütteln. Was diese Zeitung von sich gibt, ohne Worte. Panzer töten und retten keine Leben und ziehen Deutschland in den Dritten Weltkrieg. Was meinen Sie dazu, dass Olaf Scholz nun doch das Okay zur Auslieferung von Leopard 2-Panzern an die Ukraine gegeben hat? Der völkerrechtliche Grundsatz der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes. Wenn der Westen heutzutage endlich begreifen würde, dass die Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Völker und Staaten und anderer Kulturen vom Übel ist, dann wäre die Welt ein wenig friedlicher.